Meghan Markle trug bei einem Besuch eine schicke weiße Hose. Doch scharfeugige Royale-Fans werden sie schon einmal bei einem Ausflug mit Prinzessin Kate gesehen haben. Meghan Markles Outfit-Wahl für ihre jüngste Reise zur Initiative, Justice for Girls, in Vancouver schien eine subtile Hommage an Prinzessin Kate zu sein. Die Herzogin trug in der kanadischen Stadt erneut eine beliebte elfenbeinfarbene Hose mit weitem Bein von Ralph Lauren, die Charmaine Silk White Leg Pant, die für 1350 Pfund, 1690 Dollar, verkauft wird. In Kombination mit einem schlichten, langärmligen weißen T-Shirt wirkte das Outfit zurückhaltend und dennoch elegant. Allerdings war Meghan auch dafür bekannt, die Hose 2018 beim Wimbledon-Schauen zu tragen. Bei dieser Gelegenheit begleitete sie Prinzessin Kate, da das Paar trotz Gerüchten über einen bereits aufkommenden königlichen Streit scheinbar freundschaftlich miteinander aussah. Nur wenige Wochen vor dieser Verlobung gerieten die beiden Frauenberichten zufolge in einen heftigen Streit um Brautjungfernkleider für Meghans bevorstehende Hochzeit, der sie in Tränen auslöste, obwohl Kate sich später entschuldigte. Die Sus-Axes scheinen auf eine Versöhnung mit der königlichen Familie zu drängen, und Insider behaupten, dass sie dieses Jahr gerne mit König Charles an Weihnachten in Sendringham feiern würden. Für Wimbledon kombinierte Meghan ihre Hose mit einem blau-weiß gestreiften Hemd und einem weißen Hut mit einem blauen Band, das um die Basis gebunden war, obwohl Frauen dazu angehalten werden, beim Tennisturnier keine Hüte zu tragen, da diese die Sicht behindern können. Auch wenn es der Herzogin nicht gefiel, den Hut zu tragen, behielt sie ihn, da es ein sonniger Tag war, und sogar Kate selbst missachtete die Regeln, und trug zu Wimbledon im Jahr 2022 einen Hut, der zu ihrem gelben Faltenkleid passte. Während ihres Aufenthalts in Vancouver trug Meghan auch zwei kostbare Schmuckstücke erneut. Ihre Edge of Amber Wave Ohrringe, die für sehr vernünftige 65 Pfund erhältlich sind, und ihr Lorenz Schwarz, Against Evil Eye, Five Eye Diamond Pave Armband, das mit 14.765 Pfund etwas teurer ist, 18.500 Dollar.